Jennifer Lopez warf Meghan Markle von ihrer 55. Geburtstagsfeier, nachdem Meghan uneingeladen aufgetaucht war. Die hochkarätig besetzte Veranstaltung, die in einem privaten Herrenhaus in den Hamptons stattfand, geriet ins Chaos, als die Herzogin von Sussex unerwartet eintraf. Mehreren Augenzeugen zufolge war Jelle wütend, als sie sah, wie Meghan sich unter die Gäste mischte, und wies ihr Sicherheitsteam schnell an, sie von der exklusiven Versammlung zu entfernen. Die rauschende Feier, an der hochkarätige Prominente wie Ben Affleck, Kim Kardashian, Kanye West und Triana teilnahmen, war das Gesprächsdimmer der Stadt. Die Feierlichkeiten nahmen jedoch eine unerwartete Wendung, als es Meghan, die nicht auf der Gästeliste stand, gelang, Zutritt zu erhalten. Meghan ist einfach aufgetaucht, als ob ihr das Lokal gehörte, erzählte ein Partygänger. Sie trug diesen riesigen Over-the-Top-Hoot und das Designer-Kleid und versuchte absolut, das Rampenlicht zu stehlen. Gäste berichteten, Meghan habe sich schnurstracks auf den Weg zu Jelo gemacht, wahrscheinlich in der Hoffnung auf einen Fototermin oder ein Einzelgespräch mit der berühmten Sängerin. Ein Insider enthüllte, dass Meghan aktiv im Raum war, sich vorstellte und versuchte, sich auf Smalltalk einzulassen. Irgendwann versuchte Meghan, sich Jennifer zu nähern, doch der Leibwächter der Sängerin griff ein. Als Jennifer Lopez Meghan schließlich entdeckte, war sie außer sich. Augenzeugen berichten, dass die Let's Get laut Hitmacherin zu Meghan gestürmt sei, sie lautstark zur Rede gestellt habe und wissen wollte, woher sie die Dreistigkeit hatte, die Party zum Scheitern zu bringen. Jennifer schrie Meghan an und sagte, sie hätte Nerven, uneingeladen aufzutauchen, verrät ein Gast. Lopez forderte Meghan auf, sofort zu gehen, sonst würde sie gewaltsam entfernt werden. Offenbar unbeindruckt behauptete Meghan angeblich, sie und Prinz Harry seien persönliche Freunde von Ben Affleck, der die Party in Jennifers Namen moderierte. Lopez war jedoch nicht überzeugt und sagte Meghan, dass dies unabhängig von ihren Verbindungen ihre Party sei und sie nicht willkommen sei. Jennifer bestand darauf, dass Meghan sofort ginge, sonst würde sie die Polizei rufen. Angesichts von Jennifers Wut hatte Meghan keine andere Wahl, als zu gehen, berichten zufolge unterdrehen. Sie fühlte sich gedemütigt und versuchte, mit Jennifers Sicherheitskräften zu streiten, aber sie begleiteten sie einfach hinaus. Während Meghan den Vorfall nicht öffentlich kommentierte, bestätigte ein Sprecher von Jennifer Lopez, dass Meghan zum Verlassen aufgefordert wurde. In der Erklärung heißt es, dies war eine private Party für Jennifers engste Freunde und Familie. Jennifer fühlte sich durch Meghans unerwartete Anwesenheit sehr unwohl und empfand es als unangemessen für sie, dort zu sein. Ungebeten bat sie Meghan höflich, aber bestimmt zu gehen, und glücklicherweise kam es zu keinem weiteren Zwischenfall. Es ist nicht das erste Mal, dass Meghan in Schwierigkeiten gerät, weil sie versucht, sich in Promi-Events einzumischen. Anfang des Jahres löste sie Kontroversen aus, als sie unangekündigt bei den Oscars auftrat, was zu einer Konfrontation mit der Schauspielerin Andere der führte. Erst letzten Monat wurde Meghan berichten zufolge von den Filmfestspielern in Cannes ausgeschlossen, nachdem sie versucht hatte, ohne entsprechende Ausweise auf den roten Teppich zu gelangen. Viele spekulieren, dass Meghans trist nach Ruhm und ihr ständiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit bei Stars der A-Liste allmählich nachlassen. Sie denkt, dass sie mit diesen großen Berühmtheiten auf Augenhöhe ist, aber sie durchschauen sie, sagte er einer mit der Situation vertrauten Quelle. Sie wird als die Party-Crashin bekannt, die alles tun wird, um ihren Namen in die Schlagzeilen zu bringen. Gelo ihrerseits schien von dem Drama unbeindruckt zu sein. Berichten zufolge genoss die vielseitig talentierte Entertainerin kurz nach Meghans Ausstieg wieder ihre Geburtstagsfeier und tanzte mit ihren engsten Freunden die ganze Nacht durch. Basierend auf begeisterten Social-Media-Beiträgen von der Veranstaltung scheint es, dass der Rest der Gäste eine wundervolle Zeit hatte, Jennifers großen Tag zu feiern, ohne dass der Vorfall mit Meghan Markle gestört wurde. Bede permits spontan starke Bildschirm wie jeder Mensch standen lässt. Schauschen von dir.